Der Start des 3G im 25. Tagesbewerb, die 9-9 bleiben Teilnehmer beim Anfang zur 16-Meter-Startbarke. Favoritiert ist ein NGT, Programm Nummer 3 Kalender ist der... ...und sind es etwa 100 Meter bis zum Start, Teilnehmer ab, ums Kommando-Bemächtigungsgleich. Andere in der Kante Belissima, während ihr Trenn das Lager und auch Armeen ein Fehler begangen haben. In Führung Andere in der Kante Belissima, in 2. Spur sieht man hier Kaliner ist der... ...die Weitere in 3. Spur sieht man Zuta noch Swing. Dann an 4. Stelle Garbo-Venus vor Adessa. Dann sehen wir Chronos-Venus, Wahl-Venus und mit ein bisschen Abstand... ...dann Handelskrank. In Führung sehen wir die Favoriten Kaliner ist der... ...aus Wegleiter im Unternehmungswinkel. In Führung Andere in der Kante Belissima aus dem Kochen-Beserweiter... ...und sind auch Gap-Pro-Bemächtigungsgleich. Vor Corona Swing und Baden-Bemächtigungsgleich. In Führung Andere in der Kante Belissima, in 2. Spur an Adessa... ...vor Gap-Pro-Bemächtigungsgleich. In Führung Andere in der Kante Belissima, in 2. Spur an Adessa... ...und dahinter auch Gap-Pro-Bemächtigungsgleich. In Führung und Kali und Amister, in 3. Spur an Adessa... ...und dahinter auch Gap-Pro-Bemächtigungsgleich. In Führung und Kali und Amister, in 3. Spur an Adessa... ...und dahinter auch Gap-Pro-Bemächtigungsgleich. In Führung Andere in der Kante Kali und Mister... ... die im dritten Spur ver- tagt in Adessa. Kali und Mister oder Odessa, da scheint nur der 2-Jetzt zu sein. Wo Kali und Mister, Misters, immer wieder zugelegen kann. Kali und Mister gewinnen dieses Renn vor Adessa, dann Gap-Pro-Bemächtigungsgleich. Der 3. Platt war.